Moin zusammen! In diesem Video zeige ich, wie ihr euch so eine Vogelhauslampe selbst bauen könnt. Wenn euch das interessiert, bleibt dran! Wenn ihr so ein Nächte dreht natürlich auch. Wenn es euer erstes Video auf meinem Kanal ist, dann lasst mir ein Abo. Ansonsten freue ich mich natürlich über den Daumen hoch und das Kommentar. Und nun viel Spaß beim Video! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.